hallo und guten morgen ich wünsche euch einen wunderschönen montag ja ich habe hier ein aktuelles thema für mich also wie gesagt ich bin ja immer diejenige die versucht offen und ehrlich zu sein und euch damit tipps zu geben und es ist mir jetzt am wochenende wieder mal etwas klar geworden und zwar dass es so wichtig ist dass wir für uns klar werden wofür wir zur fügung stellen was sind unsere standards was was glaubst du wer du wirklich bist was glaubst du was du alles machen kannst woraus du bestehst was glaubst du dein fleischiger körper ist wer steckt da drin mit was für potenzialen bist du denn ausgerichtet hallo guten morgen monika ja und das ist so wichtig sich das immer mal wieder klar zu machen und vor allem halt auch am montag mir ist am wochenende was spannendes passiert und zwar ist mir das so glasklar wieder vor augen geführt worden es geht nicht darum was die anderen denken fühlen und handeln sondern es geht einzig und allein da drum was du für dich entscheidest was für dich richtig ist und wenn du das weißt und da ganz ganz klar bist dann wirst du nicht mehr zur projektionsfläche der rahmen der limitierungen anderer menschen und vielleicht kennt ihr das oftmals kommt einer und beschuldigt euch sagt ja du hast aber das und das gemacht oder du hast das und das nicht gemacht und weil du das und das gesagt hast hat es für mich bedeutet dass die situation so und so ist und deswegen konnte ich das nicht machen und bin ich dort nicht hingegangen und so weiter und so fort und häufig suchen eben menschen eine projektionsfläche für ihre eigenen beschränkungen und rahmen in anderen und dann entscheidest du in diesem moment inwieweit du dazu zur verfügung stehst inwieweit du das ganze auf dich nimmst in inwieweit du anfängst dich zu verteidigen zu sagen ja aber das habe ich nicht gesagt aber das habe ich nicht so gemeint aber meine intention war eine ganz andere und da kannst du dich wirklich aussprechen du kannst dich mit anderen leuten in diskussionen verfangen stundenlang energie verpuffern andere leute die nicht bereit sind aus ihrem film auszutreten aus ihren limitierenden vorstellungen aus ihren lebensdramen auszutreten die können dich nicht hören da kannst du sagen ja aber ich habe doch das gesagt und du hast es nicht verstanden und ich wollte das doch so und so haben aber du hast mich da nicht unterstützt und so weiter und so fort du kannst diskutieren und diskutieren und der andere will nur eins er will eine befreiung seiner eigenen limitierungen in dem du irgendwo schuld hast oder indem du schuld annimmst oder schuld bekennst aus seinen augen und dann fühlt er sich besser und merkt denkt ja dass die andere hat ja einen fehler gemacht und sie hat mir das nicht gesagt und hier war das ja nicht so und kein wunder musste ich reagieren wie ich reagiert habe dann sucht man sucht immer irgendwo eine begründung warum dinge irgendwo so gelaufen sind wie sie gelaufen sind und eben nicht so wie man das selber wollte aber da in die komplette eigenverantwortung zu treten und zu sagen ich habe diese entscheidungen getroffen es war meine entscheidung und der andere hat überhaupt nichts mit meiner entscheidung zu tun sei dir bereit zu akzeptieren dass andere leute nichts damit zu tun haben was du für dich entscheidest du willst aus wie du dein leben haben möchtest du willst aus wie du dich fühlen möchtest du willst aus was du denken möchtest du willst aus was du glauben möchtest du alleine darfst alles entscheiden machen tun wie es für dich richtig ist und das fällt uns so wahnsinnig schwer weil wir immer meinen wir müssen etwas so oder so oder auf eine ganz bestimmte art und weise tun damit wir geliebt akzeptiert und unterstützt werden aber wie ist es denn wenn du weißt dass du sowieso geliebt akzeptiert 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 und unterstützt wirst für das was du bist weil du einfach hier bist weil du hier bist als eine zeichen der liebe der schöpfung der kreation die dich so oder so unterstützt und du dich nirgendwo an oder einpassen muss und wie ist es dann wenn es einfach okay ist was du für dich willst was du für dein leben willst was du für deine emotionen willst was du für deine gefühlswelt willst wie du das leben sehen willst was ist wenn es einfach okay ist wer auch wenn es für andere nicht okay ist aus welchen gründen auch immer und was ist wenn du einfach da stehst und sagst es ist okay für mich so wie es ist und es ist okay so wie alles gekommen ist ist erstmal okay und du gehst komplett aus dem widerstand raus und das musst du mal probieren im leben dann werden wird dein drumherum anfangen ein bisschen zu rebellieren weil es natürlich gefüttert werden will in seinen limitierenden vorstellungen in seinen begrenzungen und wenn du dich da plötzlich raus ziehst und einfach kein futter mehr lieferst keine aufmerksamkeit mehr lieferst dann wollen die dich mit allen mitteln dort rein ziehen und sagen ja aber die erste scheißegal wie es mir geht und ich interessiert es gar nicht was ich denke und so weiter und so fort und wenn du dann sagt ja weil das hat mit mir nichts zu tun wenn du dich limitiert siehst sein mit mir nichts zu tun wenn du dich scheiße fühlst es hat mit dir mit mir nichts zu tun wenn du von dir nicht glaubst dass du ein unglaublich grandioses wesen bist das alles und nur das beste verdient hat was kann ich dafür tun und wenn du mich noch beschuldigst oder irgendwie versuchst klein zu machen oder irgendwie versuchst mir eine verantwortung zu übergeben die ich scheinbar habe für dich dann macht es das ganze nicht besser und dann macht es das eben auch nicht besser weder für dich noch für die andere person und ich möchte dir die erlaubnis geben oder ich möchte dir die erlaubnis geben dir selber die erlaubnis zu geben einfach okay mit dir selber zu sein und dich nicht verpflichtet zu fühlen dich in die trame andere reinzuziehen das problem ist man hat da ein bisschen skrupel weil man glaubt ja ich bin ja dann alleine die anderen die die hüpfen da so schön im drama zusammen rum die haben eine gemeinschaft die sind zusammen die beschweren sich die jammern und die weinen und ich ich stehe hier und lasse mich nicht ins drama reinziehen ich bin ganz alleine und niemand mag mich haben das ist die entscheidung die du treffen musst oder möchtest du im kollektiv mit anderen im drama baden oder möchtest du einen schritt raus tun und einfach dir selber den gefallen zu tun und dorthin zu gehen wie wo du sein möchtest dorthin zu gehen wie du dich selber sehen möchtest dorthin zu gehen wie du dich fühlen möchtest einfach dorthin zu gehen wo deine wünsche sind wo dein traumleben ist und dann musst du vielleicht ein weilchen ein bisschen mit weniger begleitung und weniger gesellschaft auskommen aber ich verspreche dir dass auf diesem weg gesellschaft auch auftaucht dass auf diesem so viele so viele menschen auf diesem weg sind die einfach sagen ich habe keinen bock mehr auf drama ich will leichtigkeit ich will gesundheit ich will glück ich will freude und das ganze einfach nur weil ich es will und wenn andere meinen sie müssten im kollektiven drama rumhüpfen und sich darin baden weil es so schön ist zusammen zu sein dann möchte ich das aber nicht mehr für mich und das ist eine klare entscheidung die du treffen darfst und das ist eine klare entscheidung dass du auch wissen darfst dass dir alles zusteht allein weil du hier bist allein weil du auf dieser welt bist du musst nichts irgendwie besonderes sein oder machen oder tun damit du das größte und das beste und die für dich verdient hast sondern du hast einfach alles verdient aber du musst dich auch dafür entscheiden du darfst auswählen aus dem buffet des lebens was du möchtest und wenn dir hunderttausend mal einer sagt zungenwurst ist lecker und du magst es nicht essen dann musst du es nicht essen insbesondere nicht wenn eben daneben deine lieblingsspeise ist wenn das ist was du wirklich gerne hast und wenn es auch niemand nimmt und du findest es noch so lecker nimm es doch trotzdem und warte bis der nächste vorbeikommt dem das auch schmeckt was dir schmeckt und lass dich nicht abbringen bloß weil das groß das kollektiv hier noch in anderen denkmustern überzeugungen und handlungen gefangen ist die sich einfach nicht gut anfühlen erlaube dir dass du das nicht machen muss bloß weil es viele viele machen weil es im fernsehen suggeriert wird weil es überall wo du hinschaust suggeriert wird dass das leben so zu funktionieren hat aber glaube mehr je mehr leute wissen dass das leben eben nicht so zu funktionieren hat und da heraustreten desto mehr werden wir frei desto mehr werden wir glücklich deswegen desto mehr werden wir leicht freuen uns des lebens und die mehr menschen das tun desto mehr geben sie wiederum anderen die erlaubnis es auch zu tun und wenn du mutig bist dann tritt raus und geh für dich und deine überzeugungen deine träume und dein leben und wenn es halt kurzfristig mal alleine ist vertraue darauf dass wenn du dort bist in der schwingung in den denkmustern in den paradigmen in denen sich wirklich gut anfühlt warum sollten die leute nicht kommen warum sollte dich niemand begleiten wenn es dort nett ist die meisten haben einfach nur angst weil ihre ganzen überzeugungen und und vergangenen geschichten sie davon abhalten aber es gibt immer mehr die über ihren schatten springen und sagen nein das kann doch nicht sein dass wir hier sind um zu leiden nein das mache ich nicht mit nein ich mache mir ein leben das ist schön das ist kuschelig das ist angenehm das ist voll freude und das voll liebe und dafür gehe ich und dafür lasse ich hinterlasse ich auch die die sich halt im moment noch wohler fühlen mit irgendwelchen dramen ängsten und beschränkungen aber entscheide für dich ich will dich wirklich inspirieren entscheide für dich es muss nicht so sein das leben ist cool das leben ist lässig wir dürfen uns in unser leben verlieben auch wenn unser umfeld damit im moment noch ein problem hat und in diesem sinne wünsche ich euch einen wunderschönen montag bis bald tschüss Vielen Dank.